ja hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen aufnahme wir nehmen jetzt mal zombie auf und mit dabei habe ich den sag doch genau und claudio ja genau das ist dabei ja gut auf steam ist der name leider bisschen abgeschnitten ja das ist einfach der typ der mit claudio nennt sich das pd2 vielleicht aufnehmen wird im modus hat er schon auf facebook angekündigt und so was und ich mich jetzt ein bisschen so minderwertig anhört es liegt einfach darum dass ich meine dass du minderwertig bis ja genau genau kommen jetzt schnauze weiße dass ich mein hätte einfach um als ab und apple kopfhörer auf weil ich habe keinen bock das schwere dinge auf dem kopf zu haben also was heißt hier kein bock ich denke du bist zocker natürlich bin ich zocker aber ja also dann zieht ein headset auf gefälligst ja habe ich doch ich habe nur meine apple kopfhörer als sound wiedergabe teil you know ja nehmen ein richtiges headset das ist eh besser ja habe ich doch und brauchst den punkt 1 und zu hören von wo die zombies kommen ja komme ich nehme stereo das geht auch ich glaube es hat dolby digital 7 1 ja kommen jetzt halt zum maul mit einem scheiß headset also ich schmeiß gleich aus dem fenster ausreist du solltest mal gucken dass du ein bisschen lauter wirst da ist die tonfalt vielleicht noch ein bisschen schlechter aber gut ich bin laut genug mich hört man im let's play glaubst du ja gut schön freudig mal dein verficktes teamspeak gibt den star lauter machen dass du meine zarte stimme erhören kannst ich glaube ich weiß was was gleich klatscht ja ja gleich klatschen recht wo würde ich auch mal aufpassen du ich glaube ich ich hole sie sind ja jetzt klatscht das ein ding aus dem tisch oder was wie ist das für ein scheißteil hier sagt man wie ist sagt man wie ist das mit dem sie sind was wenn ich mir den jetzt noch holt kriege ich doch das alles kriegst du alles ja natürlich kriegst du alles du kriegst du alle die in der zukunft kommen werden ja doch doch eins noch eins noch das ist auf der xbox und draußen was kommt wenn es oder was das kann sein ich weiß nicht wie es heißt wenn es ist wenn es ist bestimmt das ist gar nicht das was da ist pistes offen ja ja okay ich muss sowieso sparen also wir sollten uns auf jeden fall jörgernock aber das brauchen wir jetzt noch nicht also doppelte punkte das war affen affen was bringt das da dieser diese sie haben diese siftkasten dieser grabstein was bringt das das ist jetzt nicht euer ernst das ist jetzt nicht euer ernst wenn du down gehst wie wir jetzt kannst du einfach f drücken dann stirbst du aber du lässt einen grabstein wo alle deine sachen drin sind das heißt wenn du wieder spawns nach der runde kannst du alles sogar für aufnehmen waffen und so wenn wenn normal hinfällst dann sind alle seine perks weg ach ich soll vielleicht mal gucken dass ich irgendwo eine neue waffe herkrieg kriegt man in die perks ja da gibt es doch so eine maschine wurde die waffen punchen kannst oder wie das heißt ja da in der meter bei der lava ach so das teil da ja wie kommt man denn dahin ja das war ganz einfach rein steckt die waffe rein geht wer zurück und holt sie wieder raus ja geil aber da ist noch lava da verbrennt man doch da kannst du vorlaufen teilweise muss es halt schnell genug machen du hast eine menge zeit mit jugger noch hast keine ahnung ich glaube 10 20 sekunden zeit wo bei lava tanzen kannst ja dafür sollte ich halt erst mal jugger noch haben also das ist ja der trick dabei packapan ist absolut kein problem soll ich mir vielleicht kaufen ich wäre froh wenn ich mal genug punkte hätte um mir eine neue waffe zu holen das ist ja schlimm mit nicht kommen jetzt die mp-granaten alter was ist das echt bei fnfall endlich wieder eine gute waffe hätte es das geht ja so ich bin da was ist denn das scheiße jetzt alle ja ich bin ja munition kann mich mal wer ja ich bin unterwegs wie der cloud mit punkte hier einfach da wirklich mal jemanden wieder beliebt auch punkte ja geil erzeugen wir öfter sterben findest du einfach ich habe keine munition mehr alter kauft eine waffe ja was ich wusste die waffen klugelt aber mit einer war film ach so der lichtpimmel in luft zeigt welcher lichtpimmel der groß ist der reich in dem haus da und man schon merkt ach so da dieser licht da weil der lichtpimmel ist man muss dazu wissen ich habe ich habe sogar zwei stunden in dem spiel und die kanal und ziehen noch schnell ich habe 5-7 ich habe noch acht schuss das kann mich eventuell ein bisschen besser auskennen als die beiden alle wie die hochziehen alle wenn man keine perks drin hat man ist ja unnormal ich glaube ich sollte mir tatsächlich mal eine waffe holen also los macht also los geht es mit der steinpistole kommst du nicht weit danke da werde ich schon wieder tot also ja doch da werde ich immer bitte kommt einer kommt bevor ins ein kill weg ist warum der gescheite gescheite ich kill alle hinter dir der sniper deine mutter ich denke du kannst kriegst was was für die zombies überredt oder müsste die baret ja genau okay die bereits dsr 50 ist gut wenn die perke punch da den einfach kein visier mehr ich brauche unbedingt juggernaut alter das ist ja gar nicht geht sogar einigermaßen dieser dsr 50 ist besser vor allen dingen in höheren runden hast du wirklich von wanted kill durch 67 zombies durch dann machen ja noch punch ist alter das ist ja mal gepuncht meine ich ach so ja gut dann das ist ja mal nur scheiße mit der alter da kannst du ja nicht scopen der baret ja welcher baret xpr meint ihr oder was ne baret m 82 a 1 gibt's die da die gibt's hier ja gibt es gibt es mal es gibt die dsr und die baret ja so gemixt waffen aus black ops 1 und black ops 2 waffen aus black ops 1 kann man nur einmal panischen die waffen aus black ops 2 mehrmals und das finde ich aber jetzt gut die waffen von black ops 2 haben werden am anfang am spielstart halt so generiert welche waffen welche forms punch gibt mit der mit am anfang zu fähig berechnet dann wenn man mehrmals punch dann wechselt es einfach durch diese zwei drei stadien durch da bekommst zum beispiel einmal mit der fahl das und das visier und vorgriff oder arbeitest im magazin und das und das ist ja und doch keine ahnung kann man mehrfach auch so auch so mit dem mg ja ich habe die gerade eingesammelt was ist das schreiner jawohl was ist was bringt schreiner eigentlich alle barrieren werden aufgebaut und du kriegst 200 punkte ich kann ich kann mir gleich juggernaut leisten hole ich mit quick reload ich habe ich habe am meisten punkte wie geht das ich habe ja okay ich muss mir auch eigentlich auch holen weil jetzt ich hole mir danach einfach eine neue war für dich sagen oder hört mal hier bisschen gucken also ich habe schon juggernaut und wir 2000 punkte ja ich noch nicht ich habe noch gar nichts bei mir 22 boxe und ich bin wo sind die ganzen viecher ich will wo war der noch mal der juggernaut oben meiner gebäude oben max muni max muni liegt rum ein nehmt mal alle nachladen und dann nehme ich stand sonst der lava war das ist richtig ja das war das richtig hallo pass auf pass auf da an der seite ich hab da gar nicht bloß kein problem mit gerade tag hilft mir mal jemand alter ich bin dabei bin dabei danke ich habe keinen zum bezug dann habe ich gleich ist der juggernaut links noch da ja da kann ich weg gehen ja auch die automaten stehen fest ja aber wiederbelebung geht irgendwann weg wenn man es verbraucht hat wenn den idioten mp dagegen wirft also also quick revive wenn man wenn man solo spielt kann man maximal dreimal benutzen wenn man sich einfach selbst wiederbelebt damit aber da kannst du jedes perks auch benutzen wie du willst alter das pack a punch ist ja mal sauteuer 1000 geht dafür ist dann war für irgendwie 20.000 mal stärker ist dann ich finde die 570 geht hier irgendwie übelst ab kann es sein nachher wenn das gute was gibt der wichtig bessere er vor allen dingen weil der hier halt die waren das sind zwei primärwaffen zu nehmen jawohl alle jetzt hole ich mir erstmal den fall da auf die kraft stellen dann pack a punch wie ist das jetzt eigentlich kommt es daneben um da noch welche natürlich kommen da noch welche das darf nicht mehr sterben obwohl ich jetzt habe ich grab stein das heißt kann jetzt so viel sterben wie ich will ach klasse ich habe noch ich versuche auch über ganz toll jetzt beruhig dich du dummer zombie weiß alter man weiß ich habe kein money mehr ich hole mir jetzt eine neue waffe alter ich brauche mal max ammo ja das wäre nicht schlecht wie der belebung ok ich möchte später oh jawohl todbringer kriegsmaschine meine ich kriegsbringer 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 ich bin so blöd kriegsbringer ist scheiße ich bringe dir jetzt mal einen krieg er hör mal zu ich hätte gegen die normale waffe also gegen die standard pistol einsetzen sollen ich habe natürlich gegen die 577 getauscht übrigens die standard pistol wenn die per gepanzt ist eine kippo granatwerfer echt jetzt ja goil achtung granate mit der rpg kannst du auf alle wieso braucht diese scheiß lang auch acht schuss voll automatisch schießen ja du musst länger halten weißt du so das war es dann neulich in die lava bin ich behindert oder was na ja eure perks sind weg wenn ihr sterbt ne also ich euch beiden raten hat er genau nachzukaufen ich habe jugger knock und bin trotzdem verreckt ja jetzt muss noch mal kaufen ja wie soll ich da hinkommen ja keine ahnung ja eben das ist das problem die beleuchtet weiß ich weiß nicht wo es ist auswendig kannst du ja zeigen ne da ist es nicht oh fuck alle ich glaube das verlieren wir machen danke bei mir ist gerade eine extrem gute runde also ich kann euch da auch zwei drei vier runden durch carrying ohne dass ihr was gutes habt ich habe gar keine muni mehr danke man 8 3 und leute fern tipp jetzt so langsam wird bei juggernaut kauft in der mp 5000 punkte die ganze immer mit so nachkaufen ich habe ja noch mein kriegs bringer da er kriegs bringe geiler kriegsmaschine kraft bringer er das ist weil die gepanschte waffe ach der schmeißt hier nur granaten eben ist ja mal langweilig was ich das exe ja ok executioner naja exakt ist claudio da von der seite pass auf ja stimmt das geht sogar mein fakt verpickt euch doch auf der ich komme nicht raus was zeigt ihr für schwänze er nimmt das ist ich doch danke claudio muss ich noch mal was neues kaufen das musste muss ich noch mal mein juggernaut kaufen ach ich hätte vielleicht die bei uns was ist das jetzt in dem schrank wohl war ganz ein claudio guck mal was in der kiste ist geil oder was sie stellen mich halt man was soll das im pilgern hatten nicht auf automaten werfen sobald achtung sobald ist zum beispiel auf danke sobald auf den juggernaut werft bekommt den effekt nicht weil der juggernaut mit ep ausgeteilt ist der effekt nicht mehr da gibt es leute die machen alle wie viele scharfe kohle oder echt das ist schlimm schlecht bist du eigentlich ich muss sagen ja das stimmt danke im gegensatz zu play 2 kann ich mich hier bewegen wenn ich jemanden aufhelfe aber ich kann nicht weg gucken alter komm gib mir juggernaut alle ich brauche noch mal 2000 punkte wer kommt wer ist denn da haben verrecken jetzt claudio das darf immer nicht wahr sein du bin unterwegs bleib du sicher maximale sammeln sich einsammeln nicht maximale ein claudio bekommen sie mich nicht wenn er tot ist richtig ich bin schon wieder tut man wenn man kein juggernaut hat das mal einfach aufgeschmissen weiß ich muss einsammeln es blinkt sonst keiner von uns was nee jetzt war okay ja erscheint sich schon klar aber für philipp nicht ist schon okay ja ich bin jetzt gleich wieder dauern oder was nirgst nicht alter und den neuen das ist voll er ist es hilft zu claudio ja das wäre nicht schlecht wenn du mir helfen würdest ja ich hätte es erst mal so lange zu der waffen kiste zu kommen ich hätte meine waffe planchen sollen ja pausse jetzt klar du bist du ja 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 jetzt kann man waffen einfach trotzdem weil es ist gut wenn wir mal was abwechslung wer kommt dsr auch nicht besser dsr ist viel besser abwechslung ist auch was gutes für den kanal ja geil ich hab's mal wieder geschafft wieviel views habt ihr jetzt eigentlich auf diesem pad d2 video 388 oder sowas 389 oha alter übertreib ein aufruf mehr das darf nicht wahr sein jetzt kann ich euch ziemlich carryen insgesamt spielen durch kommt 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 go go wo sind die baut ihr euch erstmal gute waffen auf und so und da muss ich mal kurze runde einlassen gleich aber ja ich würde sagen nach der runde hören wir auf und machen dann mal mit dem multiplayer weiter ja wir machen doch bis wir sterben oder ja eben das meine ich ja habe ich meinte mit runde dass ich werde mir jetzt gerade runde ziehen heiße ich nehme jetzt hier die dsr die drücken mich da raus alter dann hat sich zum zack ich mache das mal wieder beleben ja musst du weg tobias nein ich muss nicht weg aber was ich machen kann ist ich habe jetzt im moment vier perks das maximum was normal geht wenn ich jetzt aber sterbe und mir dann die perks kaufe und dann erst ein grab schon einsammle da habe ich alle perks aber dafür muss ich einmal sterben dann müsst ihr in der runde in der ich sterbe einmal kurz allein spielen was bringt die mp-granaten bei zombies könnte mir das mal sagen die werden gestand verlangsamt verlangsamt ich hole mir jetzt da die waffe alter oder kauft ihr befindlich ich glaube kaum dass ich es bisher schon mal bis runde 10 geschafft habe aber je mehr leute mal je mehr man spielt das besser ist es nicht scheiß auf jugger knock jetzt alter ne nix scheiß auf jugger knock hol dir das ja nix scheiß drauf aber ich habe ja kein geld jetzt muss ich erstmal mit der mp5 geld machen alter ja funktioniert aber auch richtig gut mit der mp5 ich meinte ein kumpel von also wir haben mal dritt auf runde keine ahnung ich glaube es war 20 oder so haben wir übel verkackt nein als kumpel schon da reinkommen hat es in der mp5 gegriffen und hat alle zombies niedergemäht die gesamte runde lang wieso mit gepunchter hammer rpd allen perks und wir einfach keine perks rennen mit der mp5 rein fuck sehr schön digga ich bin fast wieder down ey danke so kaboom da ist es da ist es ich krieg hin warte jawoll kommt mal jetzt hier wieder belegen kaboom noch ein kaboom das kaboom regt auf ey gibt jedes mal 400 punkte von daher ich hab jetzt gleich wieder dingsbots 5500 schafft die runde ohne mich weiß ich nicht ich hab 5500 punkte das ist was ich brauche okay für was denn ach scheiß 2 für meinen glitch den ich mache claudio 321 kaboom 321 kaboom sag ich doch 321 was kaboom alter ich bin dauernd ich versuche mich grad umzubringen claudio ey bitte nicht mann ich dachte der runde ist denn ne pause glaub mir ja also wenn ihr noch ein oder zwei zombies seht dann ähm lass die einfach kurz junge man bleibt doch noch ein bisschen scheiß auf deinen scheiß glitch man hab doch auch keine muni mehr du fassst du los ALTA übertreib mit den punkten wieso echt übertreib ist das dein glitch jetzt oder was das ist mein affe ne ähm wenn es noch ein oder zwei zombie sind dann mach ich den glitch dann schreien er ist schon mal nicht schlecht dann chillt einfach kurz noch ein oder zwei zombies sind ich glaub es sind die letzten die du hast ich kann es mir kaufen bitte 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 komm schon schnell nee du hast den letzten zombies oh jawoll alter behalt einfach THX ich lass mich jetzt sterben ich lass mich jetzt sterben ja lass dich mal sterben wir müssen noch zwei zombies töten wie lange dauert das bis du wieder kommst beim anfang der nächsten runde sofort wer da oh fuck alter speed cola schnell nachladen meine fresse die zombie ist einfach kurz das kriegst glaub ich jetzt ja ich hab null munition junge ja claudio hat genug munition naja aber ich hab nicht genug skill ja doch das passt schon claudio immer positiv denken den einen zorn wir einfach töten einfach zwei schüsse drauf abgeben und dann bin ich wieder da ja ok ja danke bist du wieder da ich bin wieder da ja geil wie schnell ging das jetzt so ja beim anfang der nächsten runde bin ich instant wieder da das heißt ich kann es so ein bisschen ausnutzen indem ich direkt vorher sterbe was ist denn da für ein perk da so das ist mein grabstein der da rumliegt ach den darf ich nicht nehmen oder den kannst du gar nicht nehmen echtes ja oh fuck ja der gehört ja nicht dir ich denke mal leute man kann mich dann wieder beleben aber ja quick revive mitnehmen so jetzt hab ich drei perks jetzt nehm ich mein grabstein wieder auf hab alle meine waffen und meine alten perks dazu weiß ich ob alle perks das im spiel gerade gibt jungs ja klasse ja und war ganz toll ich hab noch zwei schuss in der executioner es reicht für einen zombie klau du ich kann dich nicht mehr beleben jetzt kann ich euch so durch das spiel durchcarrieren dass es nicht mehr feierlich ist das bedeutet ja ich gewinn das spiel für euch echtes ja mit allen frags und guten waffen ey komm ich brauch noch 20 cent alter 20 dollar wahrscheinlich nein ich bin wieder down ey das darf nicht wahr sein handy bär sorry man ich bin so schlecht ach scheiß max money max money und doppelpunkte ja geil jetzt wo ich sterbe alter toll jetzt hatte ich wieder jetzt hab ich dich doch ey fickt euch alle jetzt hab ich trotzdem wieder keine munition jetzt darf ich mir trotzdem kaufen ja 500 ja jetzt lassen sie mich nicht raus ihr schwänzt alle ich schlacht euch alle jetzt ab man leute das mal nicht mitcarrieren ich gewinn das spiel für euch gerade ja mach mal komm mal bitte ja ich bin dabei erstmal helfe ich glaube ich helfe dir oh fuck ich komme ja aus der ecke nicht was denn da los jetzt hallo danke ok habe ich wenigstens naipa ist einfach mal nur gammlig perkepunch nicht ja richtig perkepunch nicht hol dir noch ein mg dazu ich fahre gleich bitte kommt die mlbd ja ich komme sofort ja ich kann nicht kommen ja ich bin jetzt hier gleich äh game over ja ich auch bildschirm wird rot 321 du lebst noch länger danke ich krieg hier mal im neckentempo echt die treppe hoch und guck fährst du nur weiter von mir jetzt danke naja ich will mich bei den jugger noch alle die kiste ist hinten das kann ich gerade noch brauchen die kiste sind hinten ja hier da wo er hinläuft die ist hier die wechsel doch immer die den ort ja es gibt noch zwei orte alter scheiße meistens da wo die teddybären draus sind genau das kann ich gar nicht brauchen es gibt noch diese zwei orte der hinten ist oh lag behindert oder was das kann ich gar nicht haben du weiter man red kann diese scheiße sniper einfach nicht brauchen ah ich kann sie nicht nehmen fuck ich will sie nehmen nein ich will sie nehmen schwanz kaboom ist er ähm ja perfekt man wie schlecht sollte wer blieben kann wo ist jetzt diese waffen ich habe schon wieder keine munition ey das darf nicht was komm da jetzt mal eine gescheite weißt du kriegsmaschine gepuncht ganz gute waffen jetzt bin ich schon wieder kaputt ich habe mal ich habe einen gelber knuckles gekauft elektroschlagring damit one hit die klasse ich habe nicht mal das hingekriegt hallo leute chill doch mal ich komme ja schon das ist so ein run wie ich gerne möchte ne ich habe am anfang nicht nur scheiß waffen bekommen auch aber nicht nur ok und dann dann ist es für mich kein problem euch alle hier einmal ich unterstütze mal hier von der seite ein bisschen dankeschön fuck sind da viele zombies man ja das ist abnormal gell ich brauche unbedingt munition alter ich will eben gar nicht mehr Leute erwarten wir warten nie auf runde 30 warst du schon ja um 30 rekord auf runde 30 sind alle verrückt ja die kommen alle zu mir ja ist doch geil oder aber da 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 okay jetzt wieder im anderen haus drin bist du das so immer wenn der zettel bekommt genau ich bleib hier schwanz ich habe ich gerade alles was ich brauche ich habe meine gelbe nacken weg ist weg ist nicht mehr wanted mein messer es ist dieser leuchtpenis wie du es vorhin genannt hast ja gerade nicht da und ein zwei sekunden bis die kiste da ist kommt alle hier hoch hier oben ist der beste camping spot den es so ziemlich gibt okay weil da auch kiste ist vor allem sobald da einer raus muss sie dir nicht alle zombies instant an jawohl was ist denn das für ein scheiß was ich gerade bekommen habe teddy bear oder keine ahnung was bekommst was ist das link dort mal hier die barriere ja ich habe teddy bear das sind offen wo soll ich hin machen keine ahnung jedoch mal die zombies an so passt jetzt gehen die alle dahin ups hast du gerade selbst gesprengt einfach geil wie schnell ich wieder blieben kann alle die bär und die bär will ich nur benutzen wenn weg jemand wieder beliebt werden muss ja ich muss die weder belebt werden wir schon brauchen nicht ich habe keine affen mehr frag ich habe zwar noch aber und sich wer die executioner verschwindet gerade hier im ab braucht sich nicht brauchen alter wie viel sind das mit spieß alle wie viel sind ja aber echt was war das jetzt aber es war der einzige weg wie ich ein bisschen länger am leben halten kann jetzt wurde sein da manchmal ein bisschen zurückgesetzt jetzt kann ich kommen und verblieben das ist super das sind einfach so scheiß viele da kommst du gar nicht dagegen an ja gar nicht hier ich wiederbelebt dich claudio die gehen jetzt alle zum affen es sind ja auch so affen ja endlich mal jemand der versteht wie ein affen funktioniert ja ist so und ganz wichtig die mp5 nicht packer punchen nicht weil dann kostet die ammunition nämlich 4000 was statt 500 und ja deswegen nicht machen das kann ich ja mal gar nicht von oben pass auf alles das messer ist gepanisch ganz gut damit kannst du leute einfach instant wiederbeleben indem du aufzuschießt aber mit meinem quick arrive brauchst du es eigentlich nicht fühle ich mich jetzt selber natürlich oh mein gott es darf nicht wahr sein wirst du ich habe jetzt wieder vor der moni ey ich will nicht wissen wie oft ich schon verreckt bin echt kraft ab 14 mal alter ich habe gesagt ich will es nicht wissen jetzt weiß trotzdem tobias hätte aufnehmen müssen alter ja ja aber echt habe ich mir noch kurz überlegt aber du hast ja nichts gesagt man ja auch ne hättest ja aufnehmen können ja so muss ich euch jetzt hier teilen schicken du müsst den ganzen scheiß rendern wäre ja auch wehnen lot ja komm smr endlich mal was gescheites außerdem smr ist ja besser wie der dsrp ist durch zwei zombies durch aber ja aber 100 mal besser teddy bärne wieder bei der kiste ja obwohl der stimmt smr ist auch nicht besser aber ich krieg wenigstens die punkte zurück ich meine nicht dass ich die punkte brauchen würde gerade aber jetzt 12300 die eigentlichen arsch offen bei black ops ja generell halt wie meinst du ja ne stimmt smr ist auch nicht besser was tun komme ich hier durch nieder komme ich nicht durch wurde ich nicht jetzt schiebt die mich da weg verpiste ich doch vor meine fresse weiß ja perfekt das sieht gut aus das ist eine gute waffe da ist ja auch mal scheiße die gesteine die hier im boden rumliegen die liegen gar nicht wirklich auf dem boden die liegen so fünf zentimeter drüber ich habe mich mal zu dir schon mal die treppe darunter ein stück da oben und jagger noch ist da komme ich jetzt die treppe runter ist so dass ihr bescheid ist ist doch nicht dein ernst mann ob es ohne jagger noch bist du ich stand dran ich stand und ich guck mal tobias ich guck dir mal bis alle was hast du alles für für dings für warte fack ja aber weil du grabstein hast okay ich habe alle praxis weil ich nicht gemacht habe hey wie geht der glitsch man kauft man kauft sich für hätte das aufnehmen sollen echt verkauft sich für perks 1 davon muss tomstern sein dann stirbt man kauft sie also sammelt genug punkte an damit man sich noch alle anderen perks die einem noch fehlen kaufen kann plus tomstern dann stirbt man kauft sich alle perks die man braucht in tomstern und sammelt dann seinen alten tomstern ein da hat man alle perks von früher noch mal heißt man hat im endeffekt alle perks im spiel gibt alle die man schon hatte und alle die man noch gefehlt haben jetzt geht das schon wieder los wir haben das spiel gewonnen ja so sieht es aus was ist das ist für eine waffe rpd ist ein mg mit quickfire und schnell nachladen die ich habe noch ein bisschen überpower und kacapan ist natürlich noch ein ich bin ja wieder drin kriegsmaschine die will ich jetzt mal loswerden und er geht mir voll auf den sack wenn die sowieso nicht ich hab gar nichts hier ist die kiste ja gar nicht mehr die kiste ist es wieder hinten kommt einfach an nach hinten wenn man so verstreut stehen dann um zu dir zombies und wir können ja alle aufeinander abballern und so geht ja wenn ihr alle hier steht dann zu einem eingang wenn wir halt gefickt sind dann sind wir gefickt aber ich kann mit dem mg halt wirklich das meiste weg holen ja toll er macht da eins auch nicht besser er macht eins gut ja auch nicht das maximale braucht jemand ja vertreten jetzt habe ich schon sein muss den scheiß bitte man bitte leute fack also wer ist kaputt ich alter 16 runden immerhin ja geht klar ich würde sagen wir beenden hier die aufnahme ja und dann machen wir mit multiplayer weiter oder ja würde ich auch sagen ja will ich mitmachen tobias eventuell mache ich mit ja ok also leute peace out haut rein bis dann